Tja Moin Leute und herzlich willkommen. Tja Moin Leute, XBK New World und XBX PS wieder am Stil. Und herzlich willkommen zu einem breiteren Kommentaren auf meinem Kanal. Bevor ich zum Thema komme, sage ich noch was zum Gameplay. Im Hintergrund seht ihr ein Camstrike Gameplay von mir erspielt. Meine neute Cam auf dem McFraid mit meiner goldenen AK12. Und ich freue mich richtig, dass ich die auf Gold hab. Und wie ihr schon den Titel gelesen habt, geht es heute um... Also ich suche einen Designer für Thumbnails und so Top 5 Videos. Also ich kenne es wahrscheinlich von anderen YouTubern. Denn da steht immer Top 5 auf dem Amp oder so. Und dann Top 5, 5, 4, 3, 2, 1. Kennt ihr wahrscheinlich sicher. Und sowas suche ich. Also Samtne und so Top 5. Der, der Top 5 Videos macht. Also so mit Nummerierung und so. Richtig geil. Muss das auf jeden Fall aussehen. Und wenn ihr sowas macht, dann schreibt mir auf Facebook und auf YouTube. Als Privatnachricht. Ich werde jeden Tag schauen, ob mir jemand was geschrieben hat. Wenn mir jemand was geschrieben hat. Also ihr müsst, wenn ihr Thumbnails macht, dann müsst ihr in Betreff Thumbnails reinschreiben. Und wenn ihr Top 5 Videos macht, dann müsst ihr in Betreff Top 5 Videos reinschreiben. Je nachdem. Und ja, sowas suche ich auf jeden Fall. Ich habe hier mit der AK12 gespielt, habe ich ja schon gesagt. Die Klasse werde ich, glaube ich, mal kurz anblenden. Da oder da. Je nachdem. Und ja, das war es eigentlich mit dem Kommentar. Ich lege euch, ich hinterlege euch noch ein bisschen Musik, damit es hier zu langweilig ist. Und dann sage ich ihnen noch. Ich bin raus. Besucht mich auf Facebook. Oder besucht meine Facebookseite. Ich bin raus. Tschö. Menö. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Wenn ich mal hast, muss ich mich darum absch vraagst. solltest ich euch jetzt scha 라ines지를 mache? Vielen Dank.